Mit welchem Editor Sie Ihre Bootstrap-Dateien bearbeiten, bleibt Ihnen überlassen. Ich für meinen Teil verwende gerne Aptana Studio. Das ist eine Open-Source-Entwicklungsumgebung, vor allem auch für Web-Projekte. Ich habe also hier auf dem Desktop meinen Bootstrap-Ordner liegen und öffne jetzt Aptana, lasse die Einstellungen hier mit dem Workspace so, wie sie sind. Und habe hier jetzt mal die Oberfläche geöffnet. Ich mag Aptana deswegen gerne, weil es einen eigenen Web-Server mitbringt. Das heißt, ich kann mir meine Seiten dann über den Web-Server anschauen. Aber zuerst muss ich mir erst mal mein Projekt holen. Das heißt, über File und Import habe ich hier die Möglichkeit, unter General einen bereits bestehenden Ordner einzubinden. Als neues Projekt. Ich klicke auf Next. Muss jetzt noch meinen Ordner suchen gehen. Der liegt auf meinem Desktop. Ich bestätige mit OK. Den Namen hier lasse ich gleich. Ich könnte hier frei einen Namen wählen, der würde nur innerhalb dieses Arbeitsbereichs gelten. Aber ich bin mit dem zufrieden. Und mit Finish habe ich jetzt den Ordner hier eingebunden. Was bei all meinen Dateien noch fehlt, ist ein Index. Und die kann ich mir erzeugen, indem ich mit der rechten Taste auf New klicke und auf File. Und hier einfach als File-Namen meine Index.html eingebe. So, die ist jetzt noch ziemlich jungfräulich. Und für den Start hole ich mir einfach die Basis-Datei von Bootstrap. Bei der Abteilung Los geht's, haben Sie die Möglichkeit, sich die Basis-Vorlage zu holen. Was ich hiermit auch tue. Und ich markiere sie mir. Mit STRG-C kopiere ich sie mir. Und hier in Aptana mit STRG-V hole ich mir meine Index-Datei. Das Einzige, was ich jetzt noch tun muss, ist, dass ich achte, ob meine diversen Pfadangaben stimmen. Was sie jetzt nicht tun. Denn meine Index liegt auf derselben Ebene wie die anderen prinzipiellen Dateien. Und meine fertigen Dateien liegen aber hier im DIST-Folder drin. Das heißt, ich muss hier noch ergänzen. Das heißt, eigentlich liegt bei mir alles im Ordner DIST. Und da dann in meinem CSS-Folder. Und ich werde Bootstrap minimiert CSS verwenden. Und dasselbe haben wir hier unten bei den JavaScript-Dateien. Das heißt, auch hier ist es der Ordner DIST. Im Ordner DIST ist es aber JavaScript. Und die JavaScript-Datei, die letztendlich verwendet werden wird, ist Bootstrap.min. So, das war's. Ich speichere jetzt das Ganze und werde es mir das erste Mal im Browser ansehen. So, das ist es. Mehr war's für den Anfang nicht. Ich habe hier mein Hello World und ich habe das Ganze, wie Sie sehen können, über einen kleinen Web-Server aufgerufen. Das ist weiter. Das war's für die